Kritische Bilder, die genau im richtigen Moment geschossen wurden. Nach meinen Berechnungen wird er das nicht mehr schaffen. Zum Glück hat er noch einen Helm auf, sonst würde das wirklich wehtun. Der Typ wollte unbedingt Zweiter werden. Aber deswegen so viel Gewalt? Der Typ links sieht deutlich fröhlicher aus als der Typ rechts. Da kann ich jetzt nur spekulieren, was da passieren wird. Sind die nicht noch viel zu jung für sowas? Warum knickt denn da plötzlich die Straße ein? Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber ich glaube, das wird gleich wehtun. Und ich glaube, das wird richtig, richtig teuer. Werner, nein, das Bier.